Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Mal in Schnuppis Playground mit Far Cry 3 Code Modus, bei mir ist der Butz, der diesmal auch vorgestellt wird. Yey! Yey, ich bin da, wenn auch. Schön, dass ich da bin. Ja. Das wollte ich ihm schon sagen, vergessen. Ja, da wurde es noch nicht vorgestellt. Ja, genau. Ich reite da wieder drumherum. Wir klingen gerade ein bisschen bewusst. Nein, egal. Machen wir weiter. Ich reite auf die rum. Ich habe die eingeladen. Nee. Oh, du willst mich doch verarschen. Ubisoft will get your shit right. Meine Fresse. Warte, 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 warte. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nur zum Beispiel keine extra Meldungen bekommen. Ja. Ich gehe dir noch irgendwann mal an den Sack. An den Hals, meine ich. Jetzt machen wir den Stoßverkehr passend zum Thema. Ah, quack. Achso, ich muss noch ein Säkchen tun. Wäre vorteilhaft. Ich bin breit. Ich bin breit geboren worden. Ich probiere jetzt mal was Neues. Ich habe jetzt nicht den Fernseher angeschlossen, um da Chat und so weiter aufzurufen, sondern ich habe den jetzt mal übers Spiel geblendet. Ich hoffe, das nervt nicht. Übers Spiel geblendet. Ja, ich habe halt jetzt das Chatfenster Always on Top eingestellt und dann ist es jetzt halt mitten im Blickfeld. Das ist cool. Jetzt wird mein Ingame-Sound komplett unterdrückt. Sag bloß, ich habe das Auto. Ja, aber mal so wie, immer so wie Dings das will, ne? Wie Skype das möchte. Ich finde das aber scheiße, wenn ich die Gegner nicht hören kann. Ach. Lend einer auf mich zu, guckt ein Hund vorbei. Scheißegal, ich kriege das nicht mit. Siehst du schon? Ja. Das ist der Falte. Ach, Mensch. Die Piraten haben ein Laden mal an der Tabletten aus meinem Dorf gestohlen. Ja, das ist die Mixer auch. Die Piraten haben ein Laden mal an der Tabletten aus meinem Dorf gestohlen. Ja, das ist die Mixer auch. Aber ihr müsst mehr erst ihren Ausbewahrungsort bestätigen. Angeblich eine Kirche im Dorf. Lass doch mal die Kirche im Dorf hier. Oh, oh. Ist ja witzig. Ich würde hier rechts rum. Ja, ja, der rechte wieder. Sssst. Ich sehe nix, ich höre nix. Top. Fuck. Das war es dann mit dem Stelzen. Kommen wir irgendwie vertraut vor. Key. Stell, was? Bei Wolfenstein auch immer lustig. Hm, das dauert zu lange, bis ich da vorbeikomme. Dann mache ich halt alles zum Rambo-mäßig platt. Dann schieße ich bei Wolfenstein irgendwie weitaus besser. Auto-Aiming. Ohne Auto-Aiming. Das ist ja PC. Da spiele ich nicht mit Auto-Aiming. Das mache ich nur, wenn ich keine Maus habe. Checkpoint. Checkpoint. Voll der Checkerpunkt. 4-3-4. haa haa, AUTO 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 Burn baby, burn FIEUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU FUERUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU FUERUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Boah, Stüppkartoffel ey Bild aber nicht Was? So wenig Munition, wo halt Ja, zeig das mal wieder Hier ist auch ein Auflade Ding, sie Auflade Dingsi Ja Hinter der Hütte Links, rechts, rechts, rechts Rechts, hier die kleine Hier vorne, direkt bei mir Oh, oh da Auflade Dingsi, endlich Seit ich das Wort Dings Kenne, kann ich alles beschreiben Ich bin Dingsi Er hat Bums Er hat Bums gesagt Irgendwelche Kinder an Keine Ahnung Aber um die Uhrzeit Dürfen wir alles sagen, ohne Probleme Wow Die Schweine schmeißen mit Molotows Ach was Was aber schnell gemerkt Boah, jetzt macht er es auch noch Ups Keine Sorge, jetzt habe ich keine mehr Ich hau dem den Molotow in der Hand halt weg, also mit der Kugel Explodieren bringen und so Und renne zu mir und umarme mich erstmal Lauf, lauf, lauf Hallo, kannst du dich mal bewegen Hier sind übrigens Spritze Hey, Junkies Warte, da vorne Da war noch einer Wo denn? Nicht mehr Droge Droge Beide oder eine erstmal nur Jo Entweder oder, ja Schütze Viel Spaß mit mir, du sehr gut Ah, du Luf Ich habe ihn jetzt genommen Was ist denn? Das Richtige hast du genommen Das Hund, das Hund Glückst du, ich höre nichts Ich auch nicht Jetzt wurde mein Streamtitel schon aktualisiert auf Far Cry Ah, mein ich Ich glaube hier vorne beim Haus ist gleich wieder eine Also hier ist schon mal ein Sprengstoff Wir müssen ja ganz woanders hin, du Vollpfosten Ach, ich bin schon zu weit Hüpft drauf da Ja, hol die doch Ja, der sollte ja Raub hüpfen Ja, dann mach das doch Ah, just kidding Das ist Familie Familie muss man die Was? Hier ist die Munition Was? Was? Wo bist du? Hier! Danke, jedenfalls Das schiebt er mich wieder von der Munition weg, ey, du Ja, sicher Alter! Jetzt will ich grad Du schiebst mich wieder zur Seite Geh doch mal woanders hin Geh doch woanders hin Ja, sprüli wir spielen wo du wohnst, ey Ja, sprüli wir spielen wo du wohnst, ey Alter! Warum ist er nämlich so? Ich bin übrigens tot Baaaaaah Ne, ist aber nämlich wieder die dicke Wumme, ey Wir müssen dann in die Kirche rein, hinter dir Ne, da geh ich nicht rein Keine Sorge, da verbrennst du nicht, die ist nicht mehr heilig Da sind Drogen drin, ne, glaub ich Ach, mit dem Und ich glaub noch was anderes großes Das ist ne ganze Menge Stoff Planst du das alles mitzunehmen? Oder? Wieso kann ich nicht Munition aufladen, ey, was ist denn der Scheiß denn? Keine Ahnung, pack doch mal jemanden Haltet sie auf Ich könnte sterben Checkpunkt erreicht Das Problem ist, ähm Ach ja, haben wir nicht spielen Ihr auch? Bazooka-Boot abschießen, das ist richtig Ähm, was das Problem ist, das Chatfender ist jetzt genau Über, den Missionszielen Pack ich mal kurz woanders hin Ich weiß nämlich nie, was wir grad machen sollen Deswegen bin ich eben auch vorbeigelaufen Das weiß ich aber sonst auch nicht Ja, aber sonst kann ich es nachlesen Jetzt nicht Also jetzt schon wieder, aber eben nicht Weiß schon, was ich meine Ups Ja, was ist das für ein Rakinwerber, der passt ja nach der Legenkeit Der was? Lade neu Boom In your face Toll, richtige Richtung, Moze In your face, Nummer 2 Nein Hier angetrochen, ey Flammt Ach, schade Den hast du erwischt Freund, Freund Muss man besser zielen, hier Mir fällt grad ein, du musst ja gewinnen Ja, würde ich ja gerne, aber Irgendwie zielt er komplett woanders hin, wie ich ihn heute Das sagst du Siehste, schon wieder Muss auch anlegen, ne Ne Ja, ich kann ja sein, dass du auf der Hüfte schießt, sorry Auf der Hüfte schießt er immer komplett anders Voll aus der Hüfte raus Boah, knackt daneben, ist offenbar, ey Oh, ich hab grad dreimal auf Schießen, wenn ich nichts passiert Was auch beim dritten Mal durchs Mal ist Welche Punkte hast du schon? Six Und ich Six Wenn ich schießen mache ich schnell was ab, danke Ich mach so lange die Insel kaputt Fuck daneben Ich hab grad aus der Hüfte auf das Boot geschossen Und wo geht die Rakete hin? Direkt hier vor mir ins Wasser Und wo geht die Rakete hin? Direkt hier vor mir ins Wasser Putzgebild Yay Das ist peinlich, ey In real hätte ich viel mehr getroffen Ja, genau Ja, in real kannst du viel besser anhalten und sowas Kannst mit denen nicht machen Ach, wie er redet hier Ja So Wie soll ich's sonst machen? Wurzen Ich halte aber jetzt mal Headz nicht runter Annäherungsminen hab ich jetzt hier um Freier schalten würde ich sagen GEZ Schon gezahlt? Wir sollen, äh, Seto an der Brücke treffen Okido Ok Ok Triple kill, man Baaaaaas Oh, das ist ja auch nicht du Nö, nicht wirklich Hier sind Spritzen, die können wir brauchen Hier sind Spritzen, die können wir brauchen Können wir das? Komm so Boah, da wieder bleibt da Irgendwo in der Walachei stehen Das könnte ich öfter nehmen Das könntest du öfter nehmen? Ja, dann mach das doch Hier, nicht schlecht Lauerst du? Ich sag nur das, was dein Geist sagt Weil du's ja nicht hörst Ganzes Magazin für einen normalen Geh auch schon mal besser mit dem Zielen Geh auch schon mal besser mit dem Zielen Mehr Kugeln Hey! Du gehörst hier, Flachwixer! Was machst das du? Hier ist Muni? Muni schon! Muni schon! Muni schon! Ich will immer das Waffenrad aufrufen, ey Nächste Waffe ist der Feld Hier, geht's schwer, ne? Nachlangen! Achtung Hund Führe nix Ha! Jetzt hörst du auch nichts mehr Nur ist er tot Die Geraden haben Sprengsätze an der Brücke angebracht Aber damit kommt ihr klar, oder? Lade 9 Das Wasser habe ich abgeschossen, keine Sorge Das Wasser ist tot, okay Molotow in das Wasser reinzuschmeißen ist auch nicht so gut, oder? Doch, das bringt richtig viel Dann brennt das Wasser richtig Jo, Anhaltepunkt genau auf den Kopf Drück ab, nichts Hier an der Stelle geht mir grundsätzlich die Munizierung aus, ey Fuck Glaub mir auch Kannst mal kreischen Spiel Passiert nix Glaub ich schon Alter, stirb doch einfach jetzt Nur noch Feuerpfeile sind im Wasser auch sehr hilfreich Und hier ist da noch Munition Scheiße, mein Kreis ist jetzt noch nicht aufgeladen Nicht die Zeit zum Klauen Hab was! Hab hier was! Keiner schafft! Lade nach! Granate fliegt! Weiß gar nicht, warum ich in diesem Setup Granaten hab Ich treff damit so gut wie nie Ich treff schon, aber ich renne dann wieder weg Wird hier auch mal auf hier mit den Gegners kommen und so? Blos nicht zu langsam machen! Töte sie schnell! Sollen der Bomben entschärfen, ne? Ja, an der Brücke Unter Zeitdruck Es halt nur schwer ist Wenn hier überall geht, dann hier oben schießen Dann sagst du, schluss Dann sagst du, schluss Was machst du denn? Du machst schon, okay Ja, natürlich Es war ein Dicker! Da ist ein Dicker, da ist ein Dicker, da ist ein Dicker Oh, danke! Da ist ein Obelix Das ist dick, der ist dick angezogen Scheiße Oben an der Brücke Oben an der Brücke Scheiße, ich weiß aber nicht, wo der dritter von der Bombe war Ach, Leute, ich steh drauf So Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier ist nochmal Muni Irgendjemand labert hier noch mit uns Na, wie schmeckt dir das in so einem Bildschirm? Da ist er Du bist schon gestimmt Seht ihr? Wie sagt man bei euch? Kinderspiel! Bin gleich da Sieg ja nix Ist alles clear, jetzt müssen wir hier auf den Wagen warten und den eskortieren Ich bin's wieder Könnt ihr mir mit dem Truck helfen? Er hat irgendwo einen Schaden Warte, warte mal Vorschlage Danke euch Wenn wir erst die Tabletten haben, vielleicht könnt ihr euch dann um den Rest kaum kümmern Versteht ihr? Sicher Wie du willst Eskortieren und der P ist davon Ja Macht's Sinn, ne? Wir sehen uns dann irgendwo am Marschen Ne, normalerweise hält der an, aber manchmal ist auch Buggy, der fährt da einfach gerade durch Und du musst dich durch die ganze Armee kämpfen Und der wird die ganze Zeit beschossen Dann ist eigentlich quasi schon Game over programmiert Wir blockieren den Bild Wir sind zusammen Jetzt aber Fuck you! Ist hier nicht irgendwo Munition oder so? Nichts gesehen, aber wir dürfen jetzt auch nicht so weit von dem weg. Nicht gelassen. Es ist noch nicht vorbei! Na, was ist das Köpfchen? Ich lade! Wir holen hier alle ab, die sind zu viert und wir zu zweit. Aber hier ist Muni, falls du brauchst. Wo ist hier? Am Haus. Außen. Ich schieb der Spieler hier durch die Gegend. Mi 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 mi. Was soll so ein durch die Gegend schieber? Ich schieb was anderes, aber nicht durch die Gegend. Schiebst du immer, ja. Sag ich doch. Boing! Weißt du, beschwerst dich die ganze Zeit. Dann schiebst du mich selber durch die Gegend. Ich darf das auch. Woll. Gegner einfach weg. Gegner ist hier gerade einfach despawned. Weißte Granate! Vergesau ich so aus. Barbecue. Oh, oh, dicker recht neben dir. Jetzt recht. Bist direkt davor. Also wie achte die jetzt? Schon tot. Wie meine Forrest. Wir müssen weiter. Yoloman, wir spielen wieder was anderes, sobald das Kapitel hier durch ist. Vielleicht. Haben wir Lust drauf? Vielleicht. Also ich zumindest. Wahrscheinlich, wenn der gute Mann von eben wieder kommt. Dessen habe ich mich jetzt schon wieder vergessen. Nein, 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 nein. Von da hinten angreifen geht ja mal gar nicht. Doch. Jetzt ist es doch. Machen sie doch. Dann habe ich eben auch gemacht. Hier liegen schon wieder Drogen auf dem Auto. Schon wieder so ein dicker. Kannst du den auch platt machen mit den Pfeilen? Ja, hab ich doch gerade. Echt? Oh, für scheiße. Er schießt, ich sage. Ich bin vollkommen. Ich auch nicht. Sorry noch, ich habe es versucht. Danke. Schade nach! Wir werden nachschub flinken! Nein. Ich bin vollkommen. Jetzt aber. Mach niemandką bereit. Ja, die Schuss. Wir stehen wieder. vor allem. Nein, ich bin vollkommen. Nein. Jetzt aber. Mach niemanden mehr bereit. Ich bin zuerst. Jetzt aber. Mach niemanden riecht. Ich bin zuerst. Schade nach. Ich bin zuerst. Ich bin zuerst. Ich höre keine Schüsse. Hä? So, ich höre keine Schüsse. Boah, wir sind klar. Übrigens kann ich nie schreien, wenn du es gerade brauchst. Das macht gut auch nicht. So cool. Kannst du jetzt mal sterben oder was? Was ist denn heil? Was ist? Hä? Machst du ihn heil? Achso, kann ich machen, ja. Ich lade! Jetzt kann ich kreischen. Als ich eben kurz erzählt hab... Boah! 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 Keiner gesehen, dass ich gerade gestorben bin. Okay. Boah! 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 Scheiße, Mod kann ich jetzt gar nicht ändern, ne? Ne! Genau. Vor und nach dem Spiel. Aber so lange geht das Kapitel eh nicht mehr, glaube ich. Es ist soweit. Die Piraten wissen, dass wir hier sind und sie werden mit allem angreifen, was sie haben. Seid ihr bereit? Verdammt, zu kurz. Double kill. Schau. Dafür nur ein Pfeil und ein Magazin verbraucht. Ich hab mich schon fast gefreut, dass ich meinen Flitzebogen auch getroffen hab. Dann hab ich dir die geklaut. Das ist ja das fiese im Multiplayer, wenn du den Brandpfeil benutzt hast. Das war richtig effektiv. Aber das kann dir halt jederzeit alles klauen. Gegen die anderen die Punkte dafür. Schade, ich dachte, ich kann hier mal ein bisschen... LOL! Was hast du denn jetzt gemacht? Ich war kurz da oben, dann hab ich die Meldung gerichtet. Ah, hier, verlassen Kampf. Woll ich wieder zurück? Äh, nö. Super, ich kann dich aber nicht wiederbeleben, jetzt bist du ganz tot. Ja, ich hatte eigentlich 10 Sekunden Zeit. So wie man das halt kennt. Dann bin ich halt von bergrunter tot. Hä? Mal gucken, ob ich's alleine schaff. Oh, ich bin gut endet. Ich wünsche euch, wann hab ich euch je im Stich gelassen? Allein schon der Spruch, wann hab ich euch je im Stich gelassen gerade. Ich kenn den noch gar nicht so lange. Hä? Hat der Fahrer hier, den wir diskutieren sollen. Jetzt ist nämlich genau der Bug, den ich meinte. Der fährt einfach weiter ohne Rücksicht auf Verluste. Und dann hat er eben gesagt, ja, wann hab ich euch je im Stich gelassen. Wir haben den jetzt gerade kennengelernt an dem Verlauf der Story hier. Also, kann uns noch gar nicht so aufgeschickt werden. Wir haben den Stich gelassen. Oh. Wie soll ich den jetzt bitte beschützen, wenn der einfach so wegfährt? Die dumme Sauen. Noch ist der HP voll. Wann man nicht mehr lang, wenn ich nicht schnell hin komme? Der schießt da gegen die Wand. Oh, schön. Wann sollte ich Ubisoft wieder lernen? Jetzt sofort Oskar Zeit. Die haben extra so einen Antwortlink da mit bei. Das heißt, dann bin ich ganz normal wieder anwesend. Ey, stirb halt. Ich muss nochmal kurz zurück. Keine Munition mehr. Mehr Kugeln. Genau das auch. Oh, nicht mehr. Die hören ja nicht mehr auf, hier zu kommen. Oh, nicht mehr. 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 Serious, komm her. es die karte das nur weil du nicht mann der schuld ja wer ist neulich immer 50.000 mal verreckt du lügst doch aber das war sowieso buggy weil die gegner kamen grundsätzlich unterbrochen neu wenn nicht mehr zu zweit so viele gegner kommen normalerweise nicht schon gar nicht auf leicht äh normal da auch da auch Geh mal eben auf den Dächern. Holt hin? War ein Scherz. Das kann ich gehört. Aber nicht akustisch, nicht verstanden. Ich sag, ich wollte dann nur mal hochgehen, gucken. Wie ebenso. Das ist eine gute Idee. What could possibly go wrong? Jetzt wartet er wenigstens auch. Jetzt müsste das eigentlich klappen. War hier nicht eben wo auch noch Munition? Was ist denn hier? Hier. Aber so wirklich geduldig ist der Typ jetzt auch nicht mit dem Warten. Ah, fuck you. Hab ich nicht gesehen. Ja, so weit weg vom Auto, du Vogel. Dann warte halt auf uns. Aber das finde ich eisig, dass das immer noch nicht gepatcht ist. Immer noch nicht funktioniert hier. Das ist ein Kacknob, der nicht laufen, mit dem ich fahren kann. Das hast du getan. Selbstgespräche, Inc. Nein, du hörst das ja nur und wieder nicht. Ja, das ist ein bisschen zu sprechen. Und deine Warte. Und dieается, das ist ein bisschen zu sprechen. Was ist denn da? Was ist denn da? LoL, hat er alle meine Kills geklaut? Und nur in zwei. Warum hab ich denn drei Kills jetzt bekommen? bei mir stimmt man doppelkülle zu kriegen uah aua ist das weh das verlaufe immer was was guck die Ehring normalerweise sind großer müssen wir überhaupt damit hin so und geklappt vom Truck laden ab hast du den Schneepuch ja ich bin grad am nachladen oh es sind noch zwei oder knack die Hunde ab ich lade Wollen wir hier eben auch schon? ja das ist das gleiche wie eben hast du die Pakete aufgeladen oder was? hm hast du die Pakete eben aufgeladen? ne ich hab nicht aufgeladen ich mich auch nicht ja wir sind doch erst bei eins von drei du hast jetzt grad eben das erste aufgeladen ja ich mein eben bevor wir davon gefehlt hab da gab es noch keine Pakete da waren wir nicht soweit sind davor gestorben das war doch keine Pakete nicht mehr so viele wir haben jetzt fast laden ab ja ja du esse schade ja hein da jetzt Links von der Kirche ist einer. Farbenbauteile, außen suchen, aber Hund? Kein Hund mehr? Bitte nur den Chatt ich mal. Ja da war einer, habe ich eben geflüchtet. Wo ist der Flammenwerfer? Ah der kommt mir, fuck. WB Schnitzel. Lord ich habe hier vorne in die Kache gepikst. Du stehst wieder auf. Die Kache lag am Boden. Nimm mir aufhören zu spawnen hier. Ich nehme das dahintere und dann das vordere. Gut, es wird Zeit das hier hoch zu jagen und abzuhauen. Jetzt jagen wir die Kirche hoch. Oh der Truck ist ein dingendes Paket. Und hier fliegt euch alles in die Luft. Merk hier. No Forest, no. Boo, bitch. Klingglockchen, klinglinglingling. Jetzt nicht mehr. Ah nee, sprengen Kirche, sprengen, sprengen, sprengen. Genau. Taliban! Warum auch immer wir die Kirche jetzt gesprengt haben. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein Erfolg. Nachts aufgegabelt. Keine Ahnung was es damit zu tun gehabt hat, aber nur gut. Kannst ja bei Youplay nachgucken. Aber... Kapitel ist vorbei. Das heißt... Stream ist vorbei. Von Far Cry 3. Das heimt sich immer noch. Sehr schöne Stat übrigens, ne. Ha, immer wieder ehrlich. Ich bedanke Mick fürs Zuschauen. Und verabscheue mich. Ja, richtig auch. Ha, ha. Schau, schau. Rausgehauen. Bin. www.sashgr. bubblesm.